Ich arbeite sehr gerne in Rebifarm, es ist sehr familiär, es entspricht meinen Werten und dazu kommt noch, dass ich aufgewachsen bin und mich zu Hause fühle. Mir gefällt es in Rebifarm zu arbeiten, dass eine gewisse Routine da ist, aber trotzdem immer etwas abwechselnd ist. Man muss extrem flexibel sein, dass man unsere Kunden zufriedenstellen kann und es fängt einfach auch mit anderen Abteilungen zusammen zu arbeiten. Die Herausforderungen für mich sind, dass ich die Mitarbeiter gut führe, dass alle Kunden glücklich sind und rechtzeitig beliefert werden. Mein Team hat ganz verschiedene Charaktere, Einstellungen, Persönlichkeiten, das macht es ganz spannend. Es ist verblüfft, wie alle zusammen am gleichen Strang ziehen, wenn extrem viel zu tun ist. Der Wert Herzblut entspricht mir, weil ich alles mit Herzblut mache, ob im Beruf, im Schuten oder etwas mit der Familie unternehme. Ich freue mich noch, dass es ganz viele Frauen ausgesucht haben. Ich freue mich, dass die Barrechen in den Trang ziehen, dabei ist es in einer contractsellen, die sich irgendwo auf geht. Ich freue mich, dass die Barrechen in die Barrechen in der Küsschen, wo ich berühlt es nicht nicht zu tun. Ich freue mich! Untertitelung des ZDF, 2020